Das Ensemble Sortisatio ist ein deutsches Ensemble für zeitgenössische Musik. Es spielt in einer ungewöhnlichen Besetzung. Entstehung Ensemble Sortisatio wurde 1992 auf Initiative des Bratschisten Matthias Sanne Müller, einem Schüler Dietmar Hallmanns und Mitglied der Gruppe Neue Musik Hans Eisler, in der Musikstadt Leipzig gegründet. Der Name des Ensembles wurde in Anlehnung an den musiktheoretischen Terminus Sortisatio gewählt. Da die Kombination der Instrumente auch als zufällig bzw. außergewöhnlich betrachtet werden kann. Dazu angeregt wurden die Musiker durch den Komponisten Rainer Bredemeier. Zu den Quartettmitgliedern zählen sich Walter Klingner, der Seltmann, Schüler Axel André, Matthias Sanne Müller und Thomas Blumenthal. Sie sind überwiegend Solomusiker im MDR Sinfonieorchester in Leipzig. Das Repertoire des Ensembles reicht von Kompositionen der klassischen Moderne bis hin zu Werken der neuen Musik. Mit zahlreichen Uraufführungen von Musikwerken bedeutender Komponisten im In- und Ausland haben sie sich bewährt. Bis heute wurden der Besetzung über einhundert Stücke gewidmet. Mehrere CD- und Rundfunkaufnahmen entstanden. Konzerte 1996 debütierte das Ensemble beim 9. Festival Zeit für neue Musik unter der künstlerischen Leitung von Helmut Bieler mit Auftritten im Steingräberhaus der Klavierfabrik Steingräber und M. Söhne in Bayreuth. Es folgten unter anderem Auftritte in Bitterfeld, Rotter, Weimar, Leipziger Rathauskonzerte. Das Ensemble spielte 1995 bei den vom Mitteldeutschen Rundfunk veranstalteten Leipziger Rathauskonzerten im Festsaal des Alten Rathaus von Leipzig. Es wurden Helmut Oerings Lethal in Gätschen und Steffen Schleiermachers stockenfließend Uhr aufgeführt. Ersteres bedient sich dem Thema der letalen Injektion und ist Teil von Oeringszyklus Todesstadien oder menschliches Handeln, das zu Tode führt. Zum 20-jährigen Bestehen im Jahr 2012 spielte das Ensemble Barockmusik und neue Musik im Rahmen der Leipziger Rathauskonzerte. Sächsischer Musikbund Sortisatio spielte bei Konzerten des Sächsischen Musikbundes, der sich der Förderung zeitgenössischer Musik verschrieben hat. Gemeinsam mit der Pianistin Ulrike Leimbrock und dem Flötisten Christian Sprenger gab das Ensemble ein 1996-DK-Sekunden-Festkonzert zum 60. Geburtstag. Von Günther Neubert und Karl-Automar Treibmann in der Alten Handelsbörse in Leipzig. Sortisatio führte Kommen und Gehen und die Fagott-Version der Konsortsonate von Treibmann sowie Trittüchon II in Erinnerung an Max Beckmann von Neubert-Tour auf. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Ensembles Sortisatio im Jahr 2012 organisierte der Sächsische Musikbund Konzerte im Kleinen Saal der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber Dresden, im Museum Gunzenhauser in Chemnitz und in der Galerie Hoch und Partner im Tapetenwerk in Leipzig. Neue Stücke der sächsischen Komponisten Volkmar Leimat, Thomas Stöß und Manfred Weiß wurden uraufgeführt. Hallische Musiktage Das Ensemble gastierte mehrmals bei den Hallischen Musiktagen unter der künstlerischen Leitung der Komponisten Gerd Domhardt und Thomas Buchholz. Bei der Fandomhardt organisierten Konzertreihe Annäherung konnten sie 1995 seine Orpheus-Fragmente III im Händelhaus zur Uraufführung bringen. Das Stück ist Bestandteil des Werkzykluses Orpheus-Fragmente der späten Phase des Komponisten. Die Gitarre nimmt dabei einen wesentlichen Platz ein. Sie beging ein 1997 Dekasekunden-Jubiläumskonzert des Deutschen Tonkünstlerverbands für Sachsen-Anhalt. Ferner beteiligten sie sich an der Gedenkveranstaltung zu Ehren Gerd Domhardt, dem zuvor verstorbenen Präsidenten des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, deutscher Komponisten in der Konzerthalle St. Ulrichkirche in Halle. Im Jahr 2000 spielten sie anlässlich der Verleihung des Hans-Stieber-Preises an die Nachwuchskomponisten Johannes Kreitler und Arno Lücker zu den XXX-Hallischen Musiktage im Konzertsaal des Händelhauses. Es wurden die Preisträgerstücke von Kreitler Baum und Landschaft und von Lücker-Variationen auf ein Thema von Sergei Prokofiev Uhr aufgeführt. Darüber hinaus wurden Willi Vogels grüne Inseln und die Neufassung Thomas Müllers Porteus erstmals dargeboten. Beim 50. Jubiläum der Hallischen Musiktage spielte das Ensemble das Eröffnungskonzert. Übertragungen erfolgten bei MDR Figaro. Es erklungen Helmut Oerings der Suh, Kaspar René Hirschfelds Quattro Balizor Tegiaty, Peter Koscheis-Kroshofer und Narine Kachetrians getrennt zusammen. 2010 eröffneten sie gemeinsam mit der Flötistin Irmila Bosler und dem Gewandhaus-Fagottisten David Petersen die 55. Hallischen Musiktage. Sie führten unter anderem Wolf Günther Leidels Julaume in der neuen Residenzur auf. FZML Sotisazio wirkt immer wieder an Konzerten des Forums Zeitgenössischer Musik Leipzig um den Festivalkurator Thomas Christoph Heide mit. So konzertierten sie 2001 beim von ihm veranstalteten Musikzeit Herbstfestival in der Schaubühne Lindenfels. Es wurde Heides Ansichten Netze erstmals aufgeführt, inspiriert durch Bilder von Sylvia Pfefferkorn, ein Beuys-Foto von Ute Klopaus und den Film Frost von Fred Kehlemen. Das Quartett feierte 2002 mit einem Jubiläumskonzert im Oberlichtsaal der Stadtbibliothek Leipzig sein zehnjähriges Bestehen. Es wurden Thomas Christoph Heides Apparationen V.I. Michael Fleitz wechselnd verwoben. Zu Zeiten gelassen nie und Thomas Böttgers Danse Ubli I erstmals dargeboten. Sie waren 2005 am Nachtkonzert des Projekts zwischen Grün, Musik und Landschaft. Unter anderem gefördert von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und in Kooperation mit dem Kunstverein Leipzig beteiligt. Klee-Projekt in Zusammenarbeit mit der schweizer-österreichischen Komponistengruppe Group Lacroix spielte das Ensemble die CD 8 Pieces on Paul Klee. Ein. Sie erschien 2002 beim Creative Works Records. Daran beteiligt waren die Komponisten Thüring-Bremen, Michael Schneider, Marianne Schröder, John Wolf Brennan, Christian Henking, Alphons Karl Zwicker, Michael Ratanovic und Gene Elluzidabeli. Sortisation nahm am 8. MDR Musik-Sommer teil und führte erstmals hat Kopf, Hand, Fuß und Herz von Schröder, Silis von Henking. Zwei Bilder nach Paul Klee von Ratanovic, sozusagen von Dabele, Jacques Tortleray von Schneider und NGL von Brennan im Museum der Bildenden Künste in Leipzig auf. Das Ensemble unternahm 2002 Konzertreisen in die Schweiz. Im Saal Bartok des Hindemith-Musikzentrums der Hindemith-Stiftung in Blonnei wurde Zwickers Trauern-Tour aufgeführt. Außerdem spielten sie an der Musikhochschule Luzern und dem Kultur-Casino Bern. Im folgenden Jahr schlossen sich weitere Auftritte in der Schweiz und in Lichtenstein an. Es wurde die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft und das Konservatoire de Lausanne bespielt. Die Musiker gaben Konzerte im Kunstmuseum Bern. Dort spielten sie vor Originalbildern von Paul Klee. Außerdem debütierten sie im Kunstmuseum Lichtenstein in Waduz. Im Jahr 2004 folgte schließlich eine dritte Tournee. Es wurden Auftritte im Kunstmuseum Winterthur und im Theater am Gleis in Winterthur gehalten. Ensemble Sotisatio wirkte 2008 mit den Uraufführungen Max E. Kellers wie Kraut und Rüben, Nils Günthers Alterklang, Andorlo Sonses, Grenzen des Verstandes, Gene Eluzida, Beleisbach für Viola, Hans-Eugen Frischknechts Klee-Impressionen, Andres, Maupoints, Katz und Vogel und Chen Wing, Vase Oriental Garden am Festival La Puella AR mit. Es kam es zu Konzerten in der Französischen Kirche in Bern und im Rahmen der Konzertreihe Musiker Apata im Kunstmuseum Winterthur sowie zu kooperativen Lesungen mit Alexander Klee, dem Enkel des Malers Paul Klee. Im Jahr 2009 spielten sie gemeinsam mit dem Leipziger Schlagzeugensemble beim Gesprächskonzert zu Gene Eluzida Bele, organisiert von den Freunden des MDR Sinfonieorchesters. Neben dem MDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Fabio Luisi, dem Leipziger Hornquartett, dem Leipziger Schlagzeugensemble, dem Bratschisten Matthias Sannemüller und dem Violinisten Andreas Hartmann, dem MDR Rundfunkchor um Michael Gläser sowie den Gesangssolisten Juli Kaufmann, Iris Vermilien, Christoph Gens und Markus Marquardt entstand die CDR Porträt. Mittlerweile liegen mehr als 20 Klee-Stücke für das Ensemble vor. Zweite CD im Jahr 2004 entstand in Kooperation mit dem Mitteldeutschen Rundfunk eine weitere CD-Ensemble-Sortisation bei Querstand erschien. Das Textheft wurde von dem Musikkritiker Christoph Zramek verfasst. Die Komponisten Michael Stöckig, Rainer Bredemeier, Gerd Sannemüller, Peter Iswasks aus Lettland, Thomas Böttger, Gene Eluzida Bele aus der Schweiz, Helmut Bieler und Gene-Louis Petit aus Frankreich komponierten für das Ensemble die Stücke Musikarama. Auf Einladung von Chen Wing V.A.H. und der Hongkong-Composers Guild besuchte das Ensemble Die Musikarama 2009. Beim Konzert im Theater der Hongkong-City Hall wurden H.U.I.C.E. Young Weiss flows. Steffen Yipps Reflection on Keys Ancient Sound Peng Shuntings When a Golden Fish is Morphing into Squares und Adelaise wie Briceur aufgeführt. Der Klassik-Sender RTHK Radio 4 strahlte das Programm aus. Musik im Museum Im Jahr 2011 spielte Sortisatio Kompositionen von Josef Pessen, Anton Rofner, Gene Eluzida Belay, Andor Losunzi, Bruno Strobl und Klaus Agar in der Konzert reiche Musik im Museum des Salzburger Barockmuseums. Das Programm wurde vom Kultur- und Bildungsprogramme 1 des österreichischen Rundfunks unterstützt. Repertoire Diese Stücke wurden für das Ensemble komponiert-Diskographie. Zur Zeit ist eine CD mit elektronischer Musik in Planung. Musik Musik